Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Jakobusbrief. Wir nähern uns langsam dem Ende dieses Briefes und wir sind schon seit der letzten Stunde in der Szene des Gerichtes. Wir haben gesehen, dass die Reichen, die angesprochen werden in Kapitel 5, aber auch in den anderen Kapiteln heulen und weinen und klagen sollen, weil ihr Reichtum ist dahin. Der Tag des Gerichts ist gekommen und er offenbart ihnen, dass sie nicht auf das gesetzt haben, was sie hätten setzen müssen. Der Tag des Gerichts ist da und sie müssen verzweifelt schreien und heulen und klagen, weil sie das, worauf sie gesetzt haben, nicht mehr existiert. Ihr Herz ist auf einen irdischen Schatz gerichtet gewesen und somit haben sie nicht, woran sie sich festhalten können. Und in dieser Szene des Gerichtes, da wir ja wissen, dass der Jakobusbrief nicht geschrieben worden ist für irgendeine andere Zeit als außer für unsere, für die letzte Zeit, für die Erstlingsfrucht, die nur am Ende bei der Ernte hervorkommt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die andere Seite angeschaut wird, nämlich die, die auf die Ernte warten oder die nicht auf die Ernte letztendlich warten, sondern auf die Wiederkunft des Herrn, was ja nichts anderes ist als die Ernte. So lasst uns den Text betrachten, den wir haben heute für unsere Stunde. Wir lesen hier ab Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren, von Hiobs standhaftem ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallet. So, ich denke, der ganze Abschnitt, im Prinzip das ganze Buch des Jakobus oder der Brief schreibt an uns von einer Zeit, die eine Zeit des Gerichtes ist. Von Anfang an geht es um das Finale. Und um dieses Finale zu erleben, um dieses Finale ja vorzubereiten, ist dieser Brief geschrieben an uns, die wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben. An uns, die wir tatsächlich entweder unter denen sein werden, die weinen und heulen am Ende der Tage, oder denen, die mit aufrechtem Haupte unter dem Regenbogen stehen und schauen hin auf das Kommen unseres Heilandes. Wir werden es erleben. Wir sind es, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Wir brauchen hier eine Vorbereitung, die endgültig und fest ist. Deshalb ist, wenn wir uns erinnern am Anfang, der Glaube, da der in den schwierigsten Umständen des Lebens Geduld erwirken muss. Eine Geduld, die fest bleibt bis ans Ende, die uns ausreift, die uns völlig macht, ganz macht und ohne Mangel dastehen lässt vor dem Richter, vor dem kommenden Heiland. So, lasst uns die ersten zwei Verse betrachten, wo es um die Ernte geht oder um die Wiederkunft. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft. So, die Frage ist, muss man wirklich mit Geduld auf die Wiederkunft warten? Was will denn der Geist Gottes uns durch diese Worte sagen? Wartet geduldig, ihr Brüder, und stärkert eure Herzen, in Vers 8, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und dann der Richter steht vor der Tür, so, wartet geduldig, wartet geduldig. Und so gibt es eine Menge durcheinander in den wartenden Christen. Das gab es nicht vor noch, ja, vielleicht 50 oder 100 Jahren, oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, vor etwa 160 Jahren, wo die Botschaft verkündigt würde, dass der Herr bald kommt, da war keiner im Zweifel, dass die Zeit jetzt ist. Da war keiner im Zweifel, dass die Wiederkunft eine festbestimmte Zeit ist und dass man sich vorbereiten sollte auf das große Ereignis. Aber die Jahre sind vergangen. Und wenn man noch in einer Generation vor mir behauptete, ja, wenn ich den Glauben nur meines Vaters noch in Erinnerung habe, er ist jetzt über 80 Jahre alt, wie er damals, als wir noch Kinder waren, sagte, einen Anzug braucht er noch, bis das Jesus kommt. Nur noch einen. Der Anzug hält ihn, bis Jesus wiederkommt. Ist das ein falscher Glaube oder ein richtiger? Wie müssen wir die Wiederkunft Jesus sehen? Besonders diese Worte, die hier stehen, denn des Herrn Wiederkunft ist nahe. So, wir brauchen immer den gesamten Überblick über den Erlösungsplan. Und wenn wir diesen Überblick über den Erlösungsplan haben, dann werden die Dinge uns klar, was gemeint ist. Ja, wir wissen den genauen Zeitpunkt nicht. Aber worauf arbeiten wir hin? Dass mein Vater meinte, dass sein Anzug genug ist, bis Jesus kommt, war bezogen auf die Kürze der Zeit, aber sie war auch bezogen auf eine Denkweise, die uns dazu führt, dass wir sagen, die Wiederkunft hat mit uns nicht wirklich was zu tun, sondern sie ist ein fester Abschnitt. Sie kommt, wann sie kommt, wann sie kommt und das weiß niemand letztendlich. Also ist der Glaube da, er kommt, er kommt schnell, aber dann kam er nicht. Und die Frage ist, wie, wie muss ich die Dinge sehen, dass ich nicht verführt werde, dass ich mich nicht betrüge. Die ganze Geschichte der Erlösung ist eine, wenn man so will, eine Wandergeschichte. Der Jakobus schreibt den Brief, um uns auf das Ende der Wanderung vorzubereiten. Es ist ein Ziel, das man hat. Und wenn ich zurückgehe bis auf den Abraham, so wurde der ja gerufen, auszuziehen aus Ur in Chaldea. Und wohin kam Abraham letztendlich? Was war sein Ziel? Ich lese im Hebräer Kapitel 11, Abvers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auf was wartete Abraham? Was hatte er zum Ziel seines Auszugs aus Ur? Chaldea? Hat er zum Ziel das irdische Land Kanan? War es das, was die Verheißung erfüllte? Oh, er war in einem sogenannten Land der Verheißung, aber er lebte dort wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Warum? Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Glaube Abrahams war nicht auf ein irdisches Leben hier. Er setzte nicht auf ein irdisches Land. Er hatte ein Ziel, das Himmlische. Deshalb hat er sich auch keine Stadt gebaut, sondern war ein Pilger. Und am Ende von Kapitel 11 steht, Vers 39 und 40, und diese alle, die Glaubensleute, die hier aufgezählt wurden, haben durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfangen, haben die Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würde. So, die Erlösung des Menschen, haben wir gesehen, ist ein Weg, ist ein Prozess. So ist auch die Wiederkunft Jesu oder das Wandern zu diesem Zeitpunkt hin ein Wandern, eine Pilgerwanderung, wenn man es so will, die aber abhängig ist von dem Wanderer selbst, die abhängig ist, ob sie kommt oder nicht, ob unser Glaube die Frucht bringen wird, damit die Ernte eingefahren werden kann. So, der Punkt, den ich klar machen möchte, ist, unser Leben ist ein Pilgerleben. Der Abraham wartete schon auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Und wir alle wissen, dass diese Stadt das neue Jerusalem ist. Es ist nicht das Jerusalem auf dieser Welt, es ist nicht etwas Irdisches. War er falsch in seiner Erwartung? Nein, er arbeitete darauf hin. Er hat sich nicht auf das Irdische gegründet. Aber wie sieht es aus mit der Bewegung Abrahams nach so vielen Jahren? Wie sieht es aus heute mit der Adventbewegung, mit der Christenheit heute? Wer wartet denn wirklich aktiv? So wie Abraham, der durch deinen Lebenswandel bezeugte, ich gehöre nicht auf diese Welt. Ich warte eines zukünftigen. Der Abraham, wenn wir die Menschen anschauten, war er ein Vorbild für den Glauben. Sie wussten, der Mann gehört nicht hierher. Aber wie sieht es aus mit den Nachfolgen Abraham heute? Haben wir es uns bequem gemacht? Ist diese Welt unsere Welt oder nicht? Worauf streben wir zu? Haben wir das Ziel des Endes oder haben wir es nicht? Wenn man die Menschen betrachtet, so geben sie Zeugnis von ihrem Glauben. Und ich kann nicht sehen, dass der Sinn der Menschheit, nehmen wir die Christen, dass der Sinn der Christenheit gerichtet ist auf die Wiederkunft des Herrn. Weil geduldig warten, was hier der Jakobus beschreibt, ist nicht etwas Inaktives. Ist nicht etwas, was jemand dahin bringt, dass er nichts tut. Nein, es ist das aktive Warten, von dem Jesus spricht in Matthäus 24. Derjenige, der auszeilt, futtert zur rechten Zeit, der ist derjenige, der Knecht, der richtig wartet. Der zeigt, er gehört nicht auf diese Welt, er arbeitet für die Zukunftige. So das Warten auf die Wiederkunft des Herrn ist ein Irrtum, wenn wir denken, es liegt an der Zeit. Es liegt nicht an der Zeit. Es liegt an der Frucht, die offenbar werden muss. So, nicht wie viele Anzüge ich noch brauche, bis Jesus kommt, ist entscheidend, sondern wie arbeite ich darauf hin, dass mein Leben am Tage des Gerichtes stehen kann, dass mein Leben vorbereitet ist und Jesus kommen kann. Weil nicht wir warten wirklich auf ihn, sondern er wartet auf uns. Wusste das auch der Jakobus? Lasst es uns betrachten. Er sagt hier, Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. So wartet auch ihr geduldig. So, jetzt ist die Frage, wer ist der Landmann? Sicherlich verwendet der Jakobus hier das Bild des Landmanns und des Früh- und Spätregens, aber glaubt mir nicht zufällig. Nicht ohne, dass der Leser hier erkennen kann, was die Grundidee daraus ist. Wer ist der Landmann? Wen meint er mit dem Landmann, der geduldig wartet, bis das der Früh- und Spätregen empfangen hat? Wer ist dieser Landmann? Wenn wir die Schrift nehmen, wiederum den gesamten Überblick, dann wissen wir, dass der Landmann niemand anderes ist, außer unser Heiland. Er stellt sich dar als der, der geht und den Samen sät, den Guten. Wir haben das Gleichnis ja schon gesehen in Matthäus Kapitel 13. Das Gleichnis von dem Sämann. Und er sagt es ja ganz deutlich, wer das ist. Jesus sagt so, in Vers 37, Und er antwortet und sprach zu ihnen, Der, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der, der den guten Samen sät, der ist der Sohn des Menschen. Wer ist der Landmann? Der Landmann ist Christus. Er sät den Samen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. So, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Warum ist denn der Landmann noch nicht gekommen? Warum hat er seine Schnitter noch nicht ausgesandt, die Ernte einzufahren? Warum nicht? Wird es uns offensichtlich, dass der Schnitter noch nicht ausgesandt hat, weil die Ernte noch nicht reif ist? Lasst uns das suchen zu zeigen. Es gibt also ein Wachstum. der Saat. Und die Saat muss quasi aufgehen und, ich sag jetzt mal, die Frucht bringen. Und wenn die Frucht dann dran ist, ist sie ja noch lange nicht reif, wenn man die Früchte sät. Und ich liebe es, Früchte vom Baum zu essen. Und wenn die Kirschenzeit kommt, dann geht das alles zu langsam. Da ist die Kirsche schon dran. Aber man kann sie noch nicht essen. Und dann sehe ich die Erste, die so ein bisschen rötlich ist. Und ich kann mich nicht enthalten, weil ich möchte es genießen. Und dann nehme ich diese halbreife Kirsche und esse sie. Sie hat so ein bisschen nach Kirschengeschmack, aber sie ist nicht wirklich genießbar. So, die Frucht muss reif sein, damit sie genießbar ist. Und der Landmann wartet geduldig für die Reifung. Der Frucht. Für die Reifung der Frucht. So, um die Frucht reifen zu lassen, braucht er den Früh- und den Spätregen, damit das Ganze zum Abschluss kommt. So, der Landmann, der auf die Frucht wartet, der sie bearbeitet, ist Christus. Von der Saat der Frucht bis zum Ernten derselben, von der Saat des Samens bis zur Ernten derselben, ist erjenige, der das Ganze leitet. Er führt es. Aber es ist eine Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen, dass die Frucht wächst. sie kann nicht von alleine wachsen. Christus arbeitet zusammen mit uns, damit die Reifung geschieht. Und dass er derjenige ist, der der Landmann ist und der wartet, wird deutlich durch die Heilige Schrift hindurch, ob wir den Hebräer lesen oder die Briefe von Paulus, aber auch die Briefe von Petrus, ganz besonders, sagen uns das an. Der Petrus sagt in seinem zweiten Brief im Kapitel 3, wo es darum geht, dass es Spötter kommen werden in den letzten Tagen, die nicht mehr glauben an die Wiederkunft des Herrn. Ab Vers 3, im zweiten Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Dabei sollt ihr auch vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wo ist sie? Denn seitdem die Vätern schlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist, und inmitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch die Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie Etliess für einen hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht und so weiter. So, wer, warum ist Christus noch nicht gekommen, warum wartet, auf was wartet der Landmann? Es steht hier, er ist langmütig, das heißt, er ist geduldig, weil es ja eine Zusammenarbeit ist und er merkt, dass wir nicht mitarbeiten für die Reifung der Ernte. Das Warten ist etwas Aktives. Er ist es, der wässert, den Früh- und Spätregen gibt, damit die Ernte reif werde. Er ist es, der wartet. Er ist der, der geduldig ist und jetzt sollen wir von ihm die Geduld lernen, damit auch wir in diesen Tagen des Endes nicht aus dem aus dem Lot treten. So, lasst uns das Bild deutlich machen. Der Landmann wartet wartet geduldig auf uns, damit wir reif werden. Und wir müssen als reifende Christen durch einen Geduldsprozess gehen. Und der Geduldsprozess kostet Glauben. Und würde unser Glaube sich offenbaren in diesen Tagen dann könnte die Ernte schnell zum Reifen gebracht werden. Aber solange sie nicht reif ist, kann Jesus nicht kommen. Solange die Mitarbeit von Seiten seiner Kinder nicht aktiv ist, ist es nicht möglich, das Ganze zu beenden. Jesus kann nicht und wird nicht seinen Dienst im Heiligtum aufgeben, bis das eine einzige Seele erlöst werden kann. Er wird erst dann kommen, wenn alle Menschen entweder endgültig vom falschen Auge beherrscht sind oder vom wahren Auge. Er wird erst dann kommen, wenn die Überzeugung dieser Gruppe nie mehr verändert werden kann. Das heißt, wenn der Geist des Menschen überzeugt ist, dass das so ist, wie es ist, dann kann ihn niemand mehr ändern. Wenn also alle Menschen entweder das endgültig haben, sie sind überzeugt, den Weg, den sie gehen, der ist richtig und sind sie hier betrogen von dem bösen Auge, ist das ihre Überzeugung geworden, dann können sie nie mehr rüber kommen. Und von den Gerechten, die überzeugt sind von der Wahrheit, kann keiner mehr von der Lüge überzeugt werden. So dieser Prozess ist nicht mehr möglich. Hier ist eine klare Sache, niemand nicht, weil das Gott willkürlich tut, nein, weil das in dem Bauart des Menschen so gelegt ist. Wenn die Überzeugung völlig geworden ist, dann gibt es nichts mehr, was diesen Geist des Menschen ändern kann. Weil die Überzeugung muss er sich selber beibringen, aber ist er einmal überzeugt von etwas endgültig, ist er entweder völlig verstockt oder völlig frei im Geiste Gottes. So, wenn also die Trennlinie nicht mehr aufgehoben werden kann, das heißt, wenn niemand mehr die Seiten wechseln kann, dann ist die Ernte reif, dann hört Jesus auf, seinen Dienst und kommt. Deshalb ist der Jakobusbrief geschrieben als eine Warnung, als eine Aufmunterung zur Vorbereitung auf die Ernte. Es kommt die Zeit in der Überzeugung des Menschen, dass er nicht mehr ändern kann die Seiten und wir nähern uns diesem Zeitpunkt an, aber Gott wartet auf uns, Jesus wartet auf uns, der Land man wartet und will, dass niemand verloren geht, niemand verloren geht und wir sollen in diesem Warten nicht untätig sein, sondern er sagt, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft ist nahe. Was heißt stärket eure Herzen? Ist ganz klar. Wir müssen in der Wahrheit so gegründet sein. Unser Leben muss nach außen genau das bringen, was die Frucht des Geistes beinhaltet. die Herzen zu stärken ist genau das Gegenteil von dem, was er beschreibt in seinem ersten Kapitel, wo er sagt, der aber, der nicht vom Glauben bittet, wenn wir Sex nehmen, er bitte aber mit Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen. Das feste Herz, meine Lieben, ist das nicht mehr hin und her gehen von einem Auge zum anderen. Das feste Herz bedeutet, ich bin bin jetzt ganz auf dieser Seite. Ich bin im Herrn. Er ist mein Alles. Nichts mehr tue ich aus der Falschheit heraus. Nichts mehr tue ich aus einem sündigen Herzen, sondern ich habe nun ein neues Herz. Ein Herz, aus dem das hervorkommt, was Gott da hinein gepflanzt hat. Ein festes Herz ist nichts anderes als ein vollkommener Charakter. Ein festes Herz ist nichts anderes als das, was Jakobus hier beschreibt im Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das ist das feste Herz. Weil nur dieses feste Herz kann bestehen am Tage seines Kommens. Und auf dieses feste Herz wartet der Landmann. Die Frage ist, willst du mit ihm zusammenarbeiten? Willst du zu diesem festen Herz kommen? Willst du arbeiten hin auf die Wiederkunft des Herrn? Oder hast du dir es auf dieser Welt gemütlich gemacht? Ja, es gibt noch einen Aspekt hier von dem geduldigen Warten. Wenn wir Vers 6 im Kapitel 5 noch dazu nehmen, dann steht, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. So, es ist also was für eine Zeit zu erwarten in diesen Tagen. In der Endzeit ist es zu erwarten und Gott möchte und wird erst dann das hier loslassen, wenn sein Volk soweit vorbereitet ist, dass es alle Prüfungen bestehen kann. Aber den Reichen wird vorgeworfen, sie haben den Gerechten verurteilt, ihn getötet und er hat euch nicht widerstanden. Es wird also, bevor die Ernte kommen kann, muss ja die Ernte sozusagen ausreifen und sie wird gereift werden durch die Prüfungen. Deshalb lesen wir in diesem ganzen Zusammenhang des Jakobusbriefs immer von den Prüfungen, von den Dingen, die unseren Geist herausfordern, weil durch die Prüfung wird erkannt, was im Herzen ist. So, ein festes Herz ist also frei zu sein von dem Ich und wer ein festes Herz ist geduldig und er sagt, hier nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Wir haben gesehen, dass Prüfungen müssen lange gehen, damit sie Geduld in uns erwirken. Prüfungen müssen lange gehen, sie müssen herausfordernd sein, damit unser Glaube sich wirklich an Gott hält, und wir im Glauben wachsen. So geduldig sein ist das Resultat eines gewachsenen Glaubens, eines Glaubens, der im Leiden Bestand gehalten hat und im Leiden gewirkt hat. Und es wird uns gegeben, hier als Vorbild, in diesen letzten Tagen, die Leiden der Propheten und dann das Leiden Hiobs. So, im Leid braucht man Geduld. und um diese Geduld geht es. Ich habe, als ich in meinen ersten großen Anfechtungen war und ziemlich Mühe hatte, mit ihnen einen Text gefunden, der steht in den Klageliedern und da steht in Klageliedern 3, Vers 26 und hier übersetzt die Schlachter, dass so gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Und ich bin aber nicht mit der Schlachter aufgewachsen, weil sie etwas leichter ist für andere zu verstehen, habe ich sie genommen, nicht weil es meine Lieblingsübersetzung ist. Meine Lieblingsübersetzung bleibt und wird es wahrscheinlich immer bleiben, die alte Luther-Übersetzung, weil mit ihr bin ich aufgewachsen. Und der Text, der hier steht, ist etwas schöner übersetzt, muss ich sagen, auch wenn man aus allen das Wort Gottes sehen kann, aber die Idee, wie er sagt, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist, es hat nicht diese Kraft, sage ich jetzt mal, die in diesem anderen Text liegt, den ich mir an die Wand geschrieben habe. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. So, wir müssen und werden durch schwierige Zeiten gehen und wir werden vorbereitet auf die letzte große Zeit der Trübsal. Und als ich die Klagelieder nochmal die letzten drei Kapitel durchlas, wurde mir klar, dass der Jeremia, der von der Angst in Jakob spricht, der hier sein Klagelied singt über die Tochter Jerusalems, über die Stadt Jerusalem, er, es ist ein Bild auch für die letzte Generation, für die letzten Menschen, die durch Ähnliches gehen werden, wo Verwüstung da sein wird, wo alles anders sein wird, wie es ist. Und hier ist ein Volk, ja, es wird so wie der Jeremia, schreien zu dem Herrn, schreien. Jeremia schreit und er hat, er ist in großem Elend für die Zerstörung der Tochter Israel und er hat aber einen Glauben und dieser Glaube ist, dass Gott ja, einen Überrest hat und dass er letztendlich die Tochter Zion erretten wird, dass die Erlösung kommen wird. Ellen White schreibt in ihrem Buch Der große Kampf, ich glaube, es ist im letzten oder vorletzten Kapitel, sie sagt, dass das Volk Gottes für diese Zeit einen Glauben braucht, der gewohnt ist mit Verspätung, der gewohnt ist mit Hunger, der gewohnt ist mit Müdigkeit. Sie sagt es in einem Satz, gewohnt ist Verspätung, Hunger und Müdigkeit. Das ist ein Glaube, der verharrt in Geduld, der weiß, es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Meine Lieben, so wie Gott wartet auf uns geduldig, so werden wir durch die Geduld hervorbringen in unserem Leben, dass wir nicht Götter sind, dass wir warten, dass die Umstände Gott lenkt, nicht wir. Wir werden schauen, dass wir unser Leben so im Griff haben, dass wir nicht wollen ungeduldig bleiben mit den Umständen, die sich um uns furchtbar entwickeln werden. Oh, wer wird bestehen an dem Tage, sagt die Schrift? Wer wird bestehen? Wer wird bestehen? Der, der untadelig ist, der, der gelernt hat, auf den Herrn zu warten. Und ich empfehle euch, weil die Zeit nicht da ist, lest euch die Klagelieder durch, weil die, die wir gehen werden durch diese letzte Tage, durch Gottes Gnade, die die Erstlinge sein werden der Frucht des Lebens. Wir werden Verwüstung sehen und wir werden nur durch den Glauben erblicken, die Hoffnung und es wird uns nichts anderes bleiben, als ja, wenn alles rundherum dem Untergang gewidmet ist, werden wir uns völlig auf den Herrn verlassen. Auch wenn wir die Meinung sind oder den Eindruck haben, wir sind verlassen worden, so wie Jesus am Kreuz. Auch wenn die Not so sein wird, die des Hiob sein wird, wo er denkt, der Herr hat ihn verlassen, er ist jetzt nicht nur alles irdischen Gutes weg ist, sondern auch seine Gesundheit ist weg und seine Familie ist weg und er hat aber gewartet, geduldig, bis Gott ihn daraus erlöst. Wir werden auch durch diesen Test Hiobs gehen. Nichts wird uns bleiben, worauf wir uns stützen können. Alles wird weg sein. Werden wir so wie Hiob bestehen? Wird unser Glaube sich so festhalten, wird er sich so entwickelt haben über die Jahre, dass wir am Tage der Prüfung, wenn Gott die Reifung letztendlich durch die Prüfung herbeiführt, als endgültig, wo beide Gruppen sich trennen, wegen dem Wirken Gottes, das das Ganze jetzt ein Ende nimmt, werden wir dann, als die Geduldigen hervorkommen, als die festen Herzen sind, so wie Hiob, werden wir am Gott festhalten und sagen, auch wenn er mich tötet, bleibe ich fest an ihm. Werden wir unseren Glauben, so wie Hiob haben, dass er sagt, meine Augen werden den Heiland sehen. Nicht umsonst bezieht sich der Jakobus auf den Hiob, weil Hiob erwartet, wenn man so will, im Bilde die Wiederkunft des Herrn. Er sagt, meine Augen werden meinen Heiland sehen. Er sagt, ich weiß, dass meine Erlöser lebt. Ja, der Hiob war ein Prophet. Er hat nach vorne geblickt und sein Bild ist uns gegeben als Vorbild für diese letzten Tage. Wollen wir uns vorbereiten? Sind wir uns bewusst? Wir werden durch diese Geschichte gehen. Hiob wusste es damals nicht. Es kam über ihn überraschend. Ja, auch über uns mag es überraschend kommen, aber wenn wir vorbereitet sind, sagen wir, okay, wir jetzt der Test. Wir sind vorbereitet und wir werden uns klammern und werden uns an der Verheißung festhalten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich ihn mit meinen Augen schauen werde. Das ist die Perspektive der Erstlinge. Nur sie werden ohne den Tod zu sehen durch diese trübselige Zeit gehen und trotz der Not Hiobs in einem Glauben ausharren, dass sie sehen werden den Heiland. Das erfordert einen Glauben, eine Geduld. Die habe ich noch nicht. Aber durch den Glauben will ich sie eines Tages haben. Du auch? Es gibt noch ein paar Gedanken, die ich in diesem Abschnitt sehe, die ich denke, dass es wichtig ist, dass wir verstehen. Im Vers 12 steht, vor allem aber meine Brüder schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein damit er nicht unter ein Gericht fallet. So nachdem er die Szene des Gerichtes beschrieben hat, kommt jetzt der Jakobus noch einmal und gibt ein paar Ratschläge, mit denen er dann sein großes Werk, diese fünf Kapitel beendet. Und das ist einer seiner ersten Ratschläge, die er gibt, die uns die das wieder zusammenfassen, was er am Anfang schon erzählt hat. Das Schwören. Wir sollten Menschen sein, die klare Worte sprechen. Die müssen nicht sich irgendwelche Hilfsmittel holen, in dem Sinne, dass sie sagen, ich schwöre bei irgendeiner Sache. Jesus hat das in der Bergpredigt deutlich gemacht, da wir nur Menschen sind, da wir nichts besitzen können, da wir nur Verwalter sind, nur ein Geschöpf sind, da ist es klar, nur wir müssen uns bewusst sein, dass wir auf nichts hinweisen können und sagen, ich schwöre bei dem oder bei jenem, weil es mir ja nicht besitzt, ich besitze es nicht. Weil wir nichts besitzen, sollten wir nicht schwören. Aber warum ist das eine Gefahr für die Endzeit, habe ich mich gefragt. Warum ist es so wichtig? Nun, wir haben gesehen, durch das ganze Buch, das ganze Brief des Jakobus geht es um das Herz und das, was aus dem Herzen kommt, das ist unsere Rede. Und die Zunge ist das, was uns zeigt, wessen Geist des Kindes wir sind. Und in diesem Zusammenhang wird deutlich und klar, wie wichtig es ist, dass wir auf unser Reden achten. Aber warum das Schwören? Was ist das, was das Schwören so wie soll ich sagen, so hervorhebt? Wo ist die Gefahr, dass wir ins Schwören kämen? Ich nehme Bezug auf die eine Geschichte, die wir haben in der Heiligen Schrift, wo es auch um eine Not ging. Und Menschen schwören ja Not. Wenn sie nicht in Not sind, brauchen sie nicht zu schwören. Kommen sie nicht in eine schwierige Situation, ist der Schwur nicht notwendig. So, man kann dann ganz normal reden, man kann ganz sich normal ausdrücken, aber ist man in einer großen Not, ist man in einer großen Bedrängnis, dann will man sich ja rechtfertigen, da will man ja gehört werden und da ist man geneigt, das ganz menschlich eine Hilfe dazu zu nehmen, da ist man geneigt, Worte zu verwenden, die dem Ganzen eine deutlichere Stärke geben und wir kennen eine Geschichte, das ist eine negative Geschichte, wo jemand in der Zeit des Endes schwört. Wollen wir sie uns kurz anschauen? Es ist die Geschichte des Petrus. Der Petrus kam in eine schwierige Not. Er wollte zwar in der Nähe des Herrn sein, aber er wollte sich nicht zu erkennen zu geben als sein Diener. Und als er gefragt wurde, da fiel er in die große Not, dass er seinen Worten einen Schwur ansetzte und laut schrie und schwur, dass er Jesus nicht kenne. als Christen in der Endzeit werden wir in Besonderem in der Phase ein zu schwören. Das heißt, wir werden in die Not kommen, Rechenschaft abzulegen. und da müssen wir so fest in Gott sein, dass wir nicht zu einem Schwur greifen müssen. Wir können das Ja als Ja stehen lassen und das Nein als Nein. Es ist nicht so leicht, auch wenn es so leicht scheint, in der Not nicht sich helfen zu wollen, sondern geduldig zu warten. Petrus fiel, weil er sich auf sich selbst verließ. Er wollte anderen klar machen, was die Sache ist und wollte aus der Not herauskommen. Es ist für uns dieselbe Gefahr. Wenn der Name Christi oder die dem Nachfolgen wirklich in so einem schlechten Licht dastehen wird, wirst du dich noch zu ihm bekennen. Zu der Gruppe, die Jesus treu sind. Wirst du dann in der Lage sein, geduldig auf die Lösung zu warten, ohne irgendwelche zusätzliche Worte und Schwüre und Bestärkungen nutzen zu müssen. Oh, dass wir es heute lernen möchten, dass auf unseren Lippen nichts anderes vorkommt, keine andere Sache aus unserem Herzen hervorkommt als ein deutliches Ja oder ein deutliches Nein. Lasst uns das Wort Gottes ernst nehmen und uns vorbereiten. Lass uns zusammenfassen, diese Lektion. Es war deutlich, dass wir uns vorbereiten müssen, wir müssen mitarbeiten, um die Reifung der Ernte herbeizuführen. Wir sind gerufen, mit Gott zu leben, um unsere Herzen umgewandelt zu bekommen. Das wird nur durch Prüfung und durch Not gehen, aber wenn wir es so machen, wie unser Vorbild, unser Heiland, der geduldig gewartet hat und wartet auf die Frucht, dass sie reift und uns den Frühregen gesendet hat und auch mit dem Spätregen nicht verzögern wird, wenn wir so weit sind, so müssen wir in unserem Leben wachsen, bis wir hinankommen, dass wir Frucht tragen, Frucht, die bleibt, Frucht, die reif ist. Und eines der Dinge, die die Frucht wirklich bestätigt, dass sie reif ist, ist der Glaube, der in der Tat eine Geduld erwirkt hat, die unsere Worte, unsere Lippen, unsere Zunge völlig im Zaum hält, wo nichts mehr Unnötiges hervorkommt, weder ein Schwur noch eine unnötige Bekräftigung, sondern wo man klar und deutlich steht zu dem, was man ist. Möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir uns mit vollem Herzen hineinbegeben, im vollen Bewusstsein, wir sind Pilger auf dieser Erde, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir wollen hier nur alles vorbereiten, dass es endlich der Herr der Ernte kommen kann. Wir streben nach dem Himmel, wir streben nicht nach dieser Welt. Deshalb lasst uns von allem losmachen und gezielt so wie Abraham leben mit der mit dem Glauben, dass wir in unserer Zeit die Erfüllung sehen aller Verheißungen, die Gott gegeben hat. Dass wir die Erfüllung sehen, unseren Herrn mit unseren eigenen Augen zu sehen, wenn er kommt, ohne dass wir den Tod erfahren. Möge Gott uns die Signale schenken. Amen. Untertitelung. BR 2018